Ruhig. Tief durchatmen. So, lasst uns nach dem Weg fragen. Oh schön, wen denn? Das Schmutzteilchen? Es ist doch niemand hier! Wir sind im Ozean, blöde Irgendwer muss doch hier sein. Wir sind bestimmt nicht die beiden einzigsten hier. Also mal sehen, da ist keiner. Äh, nein, da auch nichts? Da, da ist jemand! Hey, hallo! Dori, Dori, Sekunde, ich bin dran. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist unheimlich. Etwas, das wir nicht kennen. Wenn wir es fragen, könnte es uns aufwessen und unsere Gräten ausspucken. Warum haben Männer immer ein Problem damit, nach dem Weg zu fragen? Ich will hier nicht die Mann-Frau-Nummer spielen. Ich will viel lieber die Nicht-Sterben-Nummer spielen. Du willst doch weiterkommen, oder? Natürlich will ich das. Also, und wie willst du das schaffen, wenn du nicht einfach ab und zu man es könnte was ausbringst? Aber, aber du, aber ich meine, du verstehst nicht ganz. Ach komm schon, vertrau mir einfach. Ist gut. Entschuldigung. Hey, hallo, kleines Kerlchen. Hallo. Sei nicht unhöflich, sag Hallo. Hallo. Sein Sohn Klitschko. Nemo. Nemo. Ist entführt worden und zwar, na? Sydney. Sydney, ja. Und es ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir so schnell wie möglich dort hinkommen könnten. Also könnten Sie uns bitte helfen? Ach komm schon, kleines Kerlchen. Komm schon. Dori, ich bin ein kleines Kerlchen. Aber ich glaube nicht, dass das da ein kleines Kerlchen ist. Oh, oh. Ein großes Kerlchen. Oh. Ein, ein Wal. Okay. Ich helfe mit Walisch probieren. Oh, oh. Oh, oh. Dori, das ist nicht Walisch. Das klingt eher, als wärst du seekrank. Oh, da spricht der Bökel Walisch. Ach, bitte nicht Bökel Walisch. Also jetzt klingst du wirklich krank. Klingst du wirklich krank. Mua. Hör auf damit. Orkisch. Klingt das Orca-mäßig? So spricht kein Orca. So spricht überhaupt niemand, den ich kenne. Mua. Tja, vertreib ihn ruhig. Dann frisst er uns wenigstens nicht auf. Keine Sorge. Walisch. Wir essen keine Klampfe, sondern grillen. Schwimm. Auf wie schön. Schau mal. Grillen. Schwimm, Dori. Schwimm. Schwimm.